In diesem Video möchte ich mich mit Micro-Cap-Aktien beschäftigen und euch einige zeigen, die ich gefunden habe. Ich habe zuletzt in einem Podcast gehört von Micro-Caps, wo jemand nochmal erzählt hat, also ein Investor natürlich, dass dort große Potenziale sind, dass teilweise dort noch Sachen übersehen werden und vor allen Dingen langfristig hier 10 oder sogar 100 Bäcker möglich sind. Ich bin mir jetzt selber auf die Suche gegangen und muss sagen, im aktuellen Marktumfeld finde ich es schwierig, wirklich interessante Value-Aktien zu finden. Charlie Munger hat ja nicht umsonst gesagt, der Gewinn sozusagen liegt nicht im Kaufen oder Verkaufen, sondern im Warten. Ich habe dieses Jahr eine Portfolio-Turn-Overrate, ich glaube von 0,8% extrem niedrig. Trotzdem gehe ich auf die Suche und zeige euch jetzt hier interessante Aktien, aus meiner Sicht wirklich interessant. Manche kennt ihr schon, Helma zum Beispiel, Market-Cap jetzt knapp unter 100 Millionen. Micro-Cap bedeutet für mich, es gibt verschiedene Definitionen, Market-Cap unter 100 Millionen. Wir reden hier von US-Dollar oder Euro. Ich nutze Guru-Focus, wisst ihr ja. Das Abonnement, um hier alles nutzen zu können, auch die Screener ist wirklich teuer, je nach Region, aber aus meiner Sicht lohnt sich das. Und ich habe hier meine Screener, die ich schon gespeichert habe, einfach genutzt und die Market-Cap auf 100 Millionen begrenzt. Das heißt hier jetzt einfach gesagt, und ihr könnt das hier nochmal sehen, 100 Millionen ist hier Bereich Small, Micro. Das sollte die maximale Market-Cap sein. Und dann zum Beispiel hier ein Screener mit Forward-KGV maximal 10 und Pack-Radio maximal 0,5. Ich habe dort verschiedene durchgeschaut und zeige euch jetzt gleich mal hier, was ich da gefunden habe. Wenn ihr Guru-Focus mal testen wollt, mache ich euch einen Link als oberen Kommentar in diesem Video. Ihr könnt das 7 Tage testen. Ich habe das am Anfang auch gemacht. Ihr müsst dort, glaube ich, Zahlungsinformationen hinterlegen. Aber ihr könnt, hier steht jetzt zum Beispiel, wäre das der 8. März, also 7 Tage. Ihr könnt das wirklich testen, ausprobieren und dann einfach kündigen. Ihr könnt ja die Screener einfach dort 7 Tage total nutzen, 10 Stunden am Tag und dann kündigen. Oder überlegt euch, ob ihr das Abo behaltet. Link ist bei mir zu finden. Und jetzt kommen wir hier zur ersten Aktie. Es sind einige Unternehmen, deswegen ist das ein bisschen hier Name-Dropping. Das ist keine Aktienanalyse. Sowieso mache ich keine Anlageberatung. Ich bin nur Kleinanleger wie ihr. Das heißt, ich werde euch wirklich noch kurz vorstellen, dass das Video hier nicht so lang geht. Wie gesagt, wir reden hier immer, das werdet ihr sehen, Market Cap von unter 100 Millionen. Die ersten sind aus Frankreich. Fleury, Michon oder so ähnlich. Und die machen hier quasi abgepackte Lebensmittel, Nahrungsmittel. Ich kenne die Marke nicht. Wahrscheinlich ihren Frankreich aktiv. Wir sehen schon, Enterprise Value ist negativ. Kurs ist relativ stark gefallen. KGV 13. Sie hatten hier auch schon Verlustjahre. In guten Jahren haben sie 17 Millionen. Im Jahr verdienten Market Cap 80 Millionen. Und der Free Cash Flow war zum Beispiel 2021 bei 44 Millionen. Das sind ungefähr 50 Prozent zur Market Cap. Die Dividende liegt hier im Moment bei 6 Prozent. Muss man in Deutschland aufpassen. Mit der Steuer in Frankreich ist ein bisschen ärgerlich. Aber hier auch eine historisch hohe Dividendenrendite. Das ist die erste Aktie. Die zweite Aktie ist Steady Care aus Schweden. Und die beschreiben sich selbst als einer von Europas größten Recruitment and Staffing Providers for Healthcare. Die vermitteln also hier Ärzte und Klinikpersonal. 83 Millionen Market Cap, wie gesagt, aus Schweden. Haben hier in den letzten Jahren ein relativ starkes Umsatzwachstum. Der Gewinn lag zuletzt bei 9 Millionen. Im Jahr gibt es ein KGV von 9. Langfristige Schulden sind nicht zu hoch. Sie haben auch viele liquide Mittel. Free Cash Flow eigentlich immer positiv. Wechselhaft hier in einem guten Jahr 9 Millionen. Das sind ungefähr 10 Prozent zur Market Cap. Sie zahlen auch eine wechselhafte Dividende. Haben nur eine leichte Verwässerung. Hier ist natürlich die Frage, wie können sie weiter wachsen? Aber sie zahlen im Moment 6 Prozent Dividende. Haben Wachstumspotenzial. Auch interessant natürlich. Dann haben wir Deswell Industries. Die sind eigentlich aus Macau, aber in Deutschland gelistet. Passen hier nicht 100 Prozent rein. Aber ich habe sie trotzdem mit drin. KGV 6,32 Millionen, die Market Cap. Und die machen hier so Plastik, Spritzguss und Metal Parts. Die Website sieht jetzt nicht extrem gut aus. Aber KGV 6 vom Kurs gefallen jetzt auf unter 2 Euro. Das ist hier ein wechselhaftes Bild. Wir haben hier sehr gute Jahre, wo sie 7 Millionen verdienen. Das wäre dann so ein KGV von 4 oder 5. Sie hatten einen sehr guten Free Cash Flow von 11 Millionen im letzten Geschäftsjahr. Das sind 30 Prozent zur Market Cap. Und auch hier gibt es Dividende im Moment von 10 Prozent. Macau ist natürlich hier nochmal ein separates Thema. Sie haben eben auch schwankende Dividenden und Gewinne. Trotzdem interessanter Micro Cap. Kommen wir zu der amerikanischen Bank Patriot National Bank Corporation. 15 Millionen nur die Market Cap. 4 Dollar kosten sie. Sie kommen ja von 15 US Dollar. Auch hier nicht wirklich konstant mit dem Gewinn zuletzt 6 Millionen hier im Jahr. Aktuell die letzten 12 Monate sind sie aber in einem Loss. Ich glaube, wir können das jetzt hier nochmal sehen. Und in der Quartalsansicht sehen wir auch, dass sie hier im letzten Quartal 4 Millionen Verlust gemacht haben. Da war auch der Free Cash Flow stark negativ. Also nicht unbedingt hier eine Sache, die ich jetzt groß empfehlen würde, aber doch mit auf der Liste, weil sie auch in den letzten drei Jahren hier ein Free Cash Flow Yield von 40 bis 50 Prozent hatten. Kommen wir jetzt zum deutschen Sorgenkind. Helmer Eigenheimbau. Jetzt sind die Market Cap, ich habe vorhin 98 Millionen gesagt, es sind 9,8 Millionen. Auch hier ein negatives Enterprise Value. 2,70 Euro. Sie kommen von 40 Euro. Ich denke, wer sich schon mal mit denen beschäftigt hat, wer weiß Bescheid, was hier das Thema ist. Die sind ja quasi Hausbauer, haben viele Grundstücke in ihrer Bilanz. Jetzt wird aber wenig gebaut. Projekte sind auch storniert worden. Interessanterweise haben sie 2022 hier das erste Mal einen positiven Free Cash Flow gemacht. Und da muss man sich hier natürlich mit den News beschäftigen. Es ist jetzt ein Restrukturierungsprogramm noch in der Erstellung, was noch nicht veröffentlicht ist. Es soll kurzfristig Anzeige über das Restrukturierungsvorhaben und der Restrukturierungsplan soll veröffentlicht werden. Das gibt es noch nicht genau. Was aber klar ist und das kann ich nicht ganz einschätzen, wie sich das auswirkt. Auf der Eigenkapitalseite wollen sie eine Kapitalerhöhung machen mit einer Zuführung von nominal 3,2 Millionen Euro. Sie haben jetzt eine Market Cap von 10 Millionen. Bedeutet vermutlich eine Verwässerung um 30 Prozent, was gar nicht so schlimm wäre. Dann würde ich kaufen. Sie haben auch gesagt, dass sie bis 2027 keine Dividende ausschütten. Also für Turnaround-Jäger, die hier einen möglichen Ten-Backer suchen, ist das vielleicht eine interessante Aktie. Vom Horrorkurs von Helmer jetzt mal was zu einem positiven. Vielleicht ist ja jetzt die Zeit, um doch ein bisschen mehr Geld im Tagesgeld zu haben oder nicht an der Börse investiert. Zumindest ein kleinerer Betrag schadet da vielleicht nicht. Es gibt jetzt hier neue Angebote von Scalable Capital, dem Broker, der jetzt auch 4 Prozent Zinsen zahlt. Nicht schlecht, wenn da ein bisschen Geld rumliegt. Bis zu einer Million Euro für vier Monate. Und auch die Consos Bank hat jetzt erst vor kurzem das Tagesgeld nochmal erhöht, nachdem es jetzt eher gesunken ist in den letzten Monaten. Gibt es jetzt wieder 3,75 Prozent bis einer Million Euro für fünf Monate. Wenn euch das interessiert, geht auf meine Website valueinvesting2050.de in die Linksammlung oder die Videobeschreibung. Ihr würdet mich und meinem Kanal damit unterstützen. Wenn da für euch was dabei ist, dann gerne über meine Links. Ich komme zum nächsten Micro Cap und zwar EO2 aus Frankreich. Hier 11,3 Millionen beträgt die Market Cap. Und die verkaufen hier zum Beispiel Holzpellets und Produkte, um hier auch mit Holz eben zu heizen. Vom Kurs her sind sie ein bisschen im Nirgendwo jetzt bei 4,80 Euro. Ich habe aber einen KGV von 2,7. Das liegt daran, dass sie im letzten Geschäftsjahr 5 Millionen verdient haben. Wie gesagt, Market Cap 11 Millionen. Die Jahre vorher waren es hier 1 Million, 0 Millionen. Also da hatten sie deutlich höhere KGVs, muss man beachten. Der Free Cash Flow zuletzt bei 4 Millionen, aber der lag auch zum Beispiel 2017 bei 3,3 Millionen. Sie haben jetzt hier auch zuletzt ein paar Aktien zurückgekauft, immerhin 7,6 Prozent. Hier hängt es davon ab, wie dieses Holzpellet-Geschäft weitergeht. Aber wenn sie natürlich weiter wachsen, ist das hier möglicherweise auch eine interessante Aktie. Dann hier noch eine Erwähnung, Demire, Deutsche Mittelstands Real Estate AG. Ich glaube, da hatte ich schon mal geguckt. Da gab es irgendwie ein Thema mit den Eigentümern und Shareholdern, was mich dann irgendwie abgehalten hat. Wir haben jetzt hier einen Kurs von 76 Cent, eine Market Cap von 81 Millionen. Negatives Enterprise Value im letzten Geschäftsjahr, ein Free Cash Flow von 48 Millionen. Das sind über 50 Prozent zur Market Cap. Sie haben aber auch einen großen Verlust geschrieben. Das ist hier Immobilien-Spezialthema nochmal, wo man wirklich tief einsteigen muss. Ich müsste es euch hier aber mal mit nennen. Nächstes Unternehmen ist Eagle Pharmaceuticals. Die sind aus den USA unter 6 Dollar. Sie kommen hier ungefähr von 60 Dollar. KGV, 87 Millionen beträgt die Market Cap. Die Umsätze sind gesunken bis zum Jahr 2022. Dann gab es einen großen Umsatzsprung. Dann ist auch der Gewinn auf 36 Millionen gesprungen. Wie nachhaltig das ist, kann ich nicht beurteilen. Stock-Based Compensation ist relativ hoch, aber sie hatten auch die letzten Jahre immer einen Free Cash Flow von 50 Millionen. Auch hier über 50 Prozent der Market Cap. Sie haben angefangen, ein bisschen Aktien zurückzukaufen. Auch ein interessanter Micro Cap, wo man aber sicherlich nochmal ins Geschäftsmodell einsteigen muss. Der Hype um die Gaming-Industrie war ja zu Corona-Zeiten extrem hoch. Hier gibt es jetzt vielleicht eine Aktie, die im Kauf ist, nachdem der Hype vorbei ist. Die waren bei 60 Euro zum Hype. Sind jetzt wieder bei 11,25 Euro mit dem KGV von 6. G5 Entertainment aus Schweden. Die machen Spiele fürs Handy und fürs Tablet. Dattelspiele kann man da sagen. Umsatz seit 2017 eigentlich nicht gewachsen. Gewinn war hier bei 19 Millionen 2021. Wir haben eine Market Cap von 91 Millionen. Und zuletzt 6 Millionen. Sie haben anscheinend keine langfristigen Schulden. Schön Cash in der Bilanz. Bilanz sieht also gut aus. Free Cash Flow zuletzt bei 12 Millionen. Market Cap 91 Millionen. über 10 Prozent, knapp über 10 Prozent. Und Sie zahlen eine Dividende von 6 Prozent. Wie nachhaltig das ist und ob Sie die Dividende steigern können, kann ich nicht beantworten. Aber das wäre jetzt auch ein Dividenden-Play. Und wenn Sie weiterhin hier gutes Geld verdienen, könnten Sie auch die Dividende weiterzahlen. Sie haben auch angefangen, hier Aktien zurückzukaufen. Jetzt kommen noch zwei Aktien. Das ist die vorletzte. Serge Ferrari hat nichts mit dem Autobauer zu tun. KGV 6, 67 Millionen Market Cap. Der Kurs hat hier chartmäßig Verdoppelungspotenzial oder kommt von dort. Und wir haben hier ein schönes Umsatzwachstum. Schon auch ein Gewinnwachstum. 16 Millionen hier eben im letzten Geschäftsjahr. Free Cash Flow etwas wechselhaft. Leider im letzten Geschäftsjahr negativ. Und die machen was Interessantes als Micro Cap. Manufacturing of High Performance Composite Materials. Wenn Sie sich die Produkte interessieren, geht mal auf die Webseite. Eben hier verschiedene Anwendungen. Und das als kleine Micro Cap Aktie mit einem relativ guten Wachstum. Mit einem KGV von 6. Noch etwas Interessantes aus Italien. DHH SPA. Vom Kurs her irgendwie gedeckelt anscheinend bei 15 Euro seit fast drei Jahren. Und die machen, kann ich euch zeigen, die Internetplattform für Southern Europe. Die sind also hier im Cloud Computing Bereich unterwegs. Internet Access Technology. Und wie Sie selber schreiben hier eher für Südeuropa. Mal schauen, wir haben hier als Regionen 65% Italien. Dann haben wir Bulgarien, Kroatien, Slowenien. Interessant. Und größter Geschäftsbereich, das halt auch so ein Ding ist, ist ein Micro Cap. Und ihr seht all diese Daten hier bei Guru Focus. Um nochmal kurz dafür zu werben. Größte Bereiche sind Platform as a Service und Infrastructure as a Service. Die haben wirklich ein schönes, starkes Wachstum. Übrigens Market Cap 66 Millionen. KGV 41. Okay, aber sie haben die Wachstumsdaten. 2021 haben sie 3 Millionen Gewinn gemacht. Das war ein KGV von 20. Trotzdem hoch im letzten Geschäftsjahr nur eine Million Gewinn. Also viel Gewinn machen sie nicht. Aber ein Free Cash Flow zuletzt von 5 Millionen. Das sind fast 10% zur Market Cap. Keiner weiß es, aber wenn sie hier weiter wachsen können, dann könnte das ein interessantes Investment sein. Wir müssen aber auch beachten, starke Verwässerung. Es gab 1,5 Millionen Aktien 2019. Und heute gibt es 4,6 Millionen. Das ist natürlich nicht schön. Aber auch eine interessante Aktie. Und die letzte, die ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, das war ein interessantes Video für euch. Wenn noch Aktien fehlen, schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.